Ey yo! Und herzlich willkommen zum zweiten Spieltag der JJCL gegen den lieben Kazuya mit seinem Team Dark Shadows, wenn ich mich nicht täusche. Muss ich mal nachschauen. Genau, mit seinem Team Dark Shadows und ja, ich bin wie vor jedem fucking Spieltag super nervös. Erinnert auch nichts daran, dass Kazuya im letzten Spieltag 5-0 verloren hat und ich auf 5-0 gewonnen. Dementsprechend eigentlich so objektiv und er hat auch eine zweijährige Posse von Mons. Dementsprechend an sich ist es ein gutes Omen für mich, aber gerade das macht mich so nervös, weil es gibt hohe Erwartungen an mich und ich hasse es, hohe Erwartungen an mich zu haben. Gerade von anderen, das macht mich halt immer ein bisschen nervös. Aber ja, wir schauen, was sich so machen lässt. Ich schaue mal, ob beide Aufnahmen laufen. Ja, tun sie. Ja, ich würde sagen, wir kommen zu seinem Team. Sein Team besteht aus Kargoron im S-Tier, Kapuriki im Free-Tier, Gengar und Kalium im A-Tier, Zorok, Aranestro und Skorgler im B-Tier, Ambitiflons, Shadrago im C-Tier und Trombok und Calamaneiro im D-Tier. Ist ein okayes Team, nicht so super strong. Er meint auch, er hat viele Schwächen, das ist aber auch unvermacht, oder ist halt, ist klar, sichtbar auf jeden Fall bei ihm. Aber ja, gut. Gut, kommen wir zu meinem Team. Mein Team besteht heute aus. Mr. Freeze, unser Articone mit Weakness Policy, Freestry, Ice Beam, Roots & Agility. Ja, auf plus zwei Init, überall Outspeed, wir alles mit der Weakness Policy und Freestry. Wir brauchen eigentlich nicht mehr Ice Beam, es ist nur so ein Caravage-Move, weil wir nicht mehr brauchen. Ähm, dann ja, was soll ich großartig dazu noch sagen? Dann haben wir Monstro, unser Swampford mit der Rindleberry und Damp als Fähigkeiten mit Flip-Turn, Earthcack, Yorn & Raw. Komplex Bedstaff, wir haben Mother Brain, unser Pharoah mit den Leftovers & Iron Barbs, mit Leap Street, Protex, Death Fox & Gyro Ball. Brauchen auch nicht mehr. Dann haben wir Mr. Burns, unser Zapdos mit den Heavy Duty Boots & Static mit Defog, Rising Voltage, wird sein Kapuriki mit HP, Ice & Roost, auch komplett offensiv. Er hat nämlich, sein einziger Ground-Type ist nämlich, ähm, Scorgler und dagegen können wir auch HP, Ice & Drücken. Dann haben wir Moriarty wieder dabei, unser Sengus mit der Select Baron Immunity, weil wir brauchen den Toxic Boost, glaube ich nicht. Ähm, mit Substitute, Belly Drum, Return & Knock-Off. Wir brauchen nicht mehr. Haben genug Speed, um alle Swords Beed, wenn wir auf plus eins sind und das sollte auf jeden Fall reichen. Und als letztes haben wir Rono, unser Spectrum mit dem Choice Scarf und ja, Grimlay als Fähigkeit und eine andere haben wir ja nicht. Mit Shadow Ball, Dark Boots, Hyper Beam und Haze. Hyper Beam ist für sein Zoro-Arc, weil das kriegen wir damit auf jeden Fall ge-O-Code für den Notfall aller Notfälle. Und ich hab, weiß nicht, ich konnte keinen anderen Move spielen mit Scarf, der hat irgendwie Sinn ergeben würde dementsprechend. Und ja, wir können auch Models spielen, weil damit outspeeden wir Scarf, Gengar und alles andere würde er ja nicht Scarf spielen, was schneller ist. Also sehe ich nicht. Ähm, ja, dementsprechend würde ich sagen, ich sag ihm Bescheid. Ähm, SD gleich Yamari kannst einladen. Äh, kannst einladen. Ähm, babababa, ich mach das am Handy dann mit Discord nicht irgendwelche Power auf am PC frisst. Ähm, ja, ich bin super nervös. Also mein Herz klopft, bisschen geht nicht mehr. Ähm, ich möchte auf jeden Fall ganz gerne die Säge-Serie fortführen mit einem 2-0. Also mit einem Ergebnis 2-0 ist auch wenn aber halt, dass wir am Ende des Tages 2-0 stehen, was Sieg und, äh, Niederlangen angeht. Und dementsprechend, ja. Ich hab das jetzt so ein bisschen am Handy offen, deswegen nicht wundern. Und da ist auch schon die Einladung. Ähm, wir spielen gegen Kazuya. Und ich würde, wir reden nicht weiter drum herum, wir akzeptieren das einfach und dann ist gut. So, er hat dabei. Ähm, schauen wir mal. Herr Fun, wir schreiben YouTube, YouTube. Ich bin so nervös, ne? Holy shit. So, er hat dabei Gengar. Er hat Capuriki dabei, hat Carguron dabei. Er hat Cali und nicht dabei, er hat Zoroak dabei. Kein Aranestro, Skorgler ist dabei. Ambi Diffel ist dabei. Shadrago ist nicht dabei, Trombok ist nicht dabei, in Kalamaniro auch nicht. So. Ähm. Ich bin dazu verleitet, mit Swampard zu leaden oder mit Pharaoh. Ich glaub, sein Lead könnte nämlich Ambi Diffel sein. Krass ist eigentlich mit einem Fähigen Spectre. Finde ich interessant, aber vollkommen in Ordnung. Ähm. Ja, mit was liegen wir? Mit Swampard? Pharaoh? Swampard? Pharaoh? I don't know. Ich bin eher dazu verleitet, mit Swampard zu leaden. Und genau das tun wir jetzt auch. Wir lean einfach straight up mit Swampard. Drücken, Flip Turn. Ähm. Oder Yorn, je nachdem, was grad drin ist. Dann schauen wir weiter. Celestealer kommt rein. Okay. Da würde ich sagen, Yorn wird auch mal direkt an der Stelle. Der sollte kein Energy Ball können, wenn ich mit dem Grass nutze. Okay. Ist fine. Er spielt Live-Up. Okay. Der ist Drownzy. Gut. Ähm. Ja, wir Flip Turnen, glaub ich, an der Stelle einfach. Der sollte nämlich wahrscheinlich jetzt einfach rausgehen. Er hat nichts, was er so gut in den Flip Turnen reinschmeißen kann. Wenn er mich jetzt killt, ist das fine. Weil dann schläft Celestealer und das ist gut. Ist auf jeden Fall geil für Arctos dann. Live-Orb Celestealer. Interessant. Interessant. So. So, 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 so. Äh. Gleiger kommt rein. Perfekt. Den sehe ich gerne. Flip Turnen kommt. Und wir holen Articuno rein. Da ist er eigentlich dazu gezwungen, zu wechseln. Ähm. Deswegen will ich eigentlich gerade schon mal ganz gerne schauen, ob es sich lohnt, schon auf Agility zu gehen. Äh. Gleiger. So, Ice Beam killt natürlich. Freestrike genauso. Ähm. Wenn er jetzt Coco reinholt. Ähm. Ich will ein anderes Coco-Set. Ich will ein Sugar Pivot. Genau. Ein T-Board lebe ich, wenn er keinen Specs ist. Wenn wir plus zwei sind, kill ich Coco. Das ist eigentlich ganz geil. Da drücke ich einfach jetzt einmal Ice Beam. Um zu schauen, was da jetzt reinkommt überhaupt. Äh. Ich glaube, ich drücke einmal Ice Beam auf Save. Und schaue, was er machen möchte. Aber drücken wir Agility, weil er eh rausgeht. Und dann schauen, was denn reinkommt. Ich glaube, das machen wir so. Wir drücken Agility. Ähm. Er bleibt drin, okay. Er hat Rock Slide. Killt mich nicht. Weakness Policy aktiviert sich. Und jetzt beginnt das Spaß mit Ice Beam. Wir brauchen nicht mal Freestrike drücken, was geil ist. Ach, zum Glück killt er Rock Slide nicht. Also er macht nicht mal die Hälfte. Holy shit. Obwohl, wir können auch einmal Roosten, würde ich sagen. Da sollte auf jeden Fall nicht viel gegen sprechen. Hm. I guess, ja. Vielleicht legt er jetzt einmal die Rocks. Das wäre Best Case Szenario. Vielleicht legt er jetzt einfach die Rocks. Ich hoffe, er legt die Rocks. Ich hoffe es sehr. Okay. Komm, leg die Rocks. Leg die Rocks. Rocks wäre Best Case. Knock würde er auch gehen. Ich glaube halt nicht, dass er jetzt nochmal auf Rock Slide geht. Okay. Sind plus zwei. That's nice. Was ist mit Celestealer? Äh. Der ist nicht Defensive. Der ist nämlich Live-Offs. Celestealer kommt rein. Okay. Heavy Slam. Der ist ja speziell, ne? Der ist ja mal Ice Beam. Macht mehr als die Hälfte. Heavy Slam kommt. Killt uns nicht. Und wir können damit nochmal... Ach, das war so arg. Ich verstehe. Aber ist auch okay. Ah shit. Ja, ist weniger okay. Hm. Können wir auf den Freeze hoffen, maybe? Ich wurde von Zorak reingelegt. Hilfe. Ähm. Wenn ich jetzt auf Roos gehe. Wie viel hat der Heavy Slam gemacht? Hier auf 73%. Das ist zu viel. Ah shit. Shit, 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 shit. Hm. Will ich mir Arctus noch aufsparen? Lass mal schauen, was ist das für ein Celestealer. 2, 5, 2. Ja, den kriegen wir nicht gekillt. Den kriegen wir nicht gekillt. Außer wir kriegen jetzt einen Freeze. Aber anders sehe ich Arctus leider auch nichts mehr machen. Deswegen gehen wir einfach auf Ice Beam. Dann passt das. Okay, da bin ich wohl auf Zorak reingefallen. Hoppla. Aber Zapdos kann auch noch viele regeln, auf jeden Fall. Zapdos kann auch noch einiges regeln. So, komm. Freeze, 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 freeze. Schade. Ah, geht auf Flamesro. Ich hätte roosten können. Okay, Zapdos. Let's go. Das ist dein Auftrag. Wir drücken Rising Voltage. Das ist jetzt meine Passion. So. Ist aber gut, dass der schon mal recht low ist. Ist auf jeden Fall geil für Sango irgendwann. Gehen Zapdos. Gegen Zapdos. Hoppla. Zapdos. HPI. Es könnte killen. Je nachdem, was für ein Setter ist. Was haben wir eigentlich schon rausgefunden mit Swarm Pod. Flip Turn. Ja, der ist Fiss Death. Der ist Fiss Death. Ja. Dann Zapdos. Dann killt auch die HPIs auf Safe. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Wir haben aber, achso, das ist ja Live of Zoroark. Das weiß ich ja. Dishes Live of Zoroark. Okay, merken. Wenn irgendein Mon mit 90% reinkommen, ist es Zoroark. Das weiß ich ja jetzt. Durch den Live of Damage. Hat er sich ein bisschen selbst verraten. Nice. Okay. Ich hoffe ein bisschen, er geht in Coco. Wäre nice. Okay, das ist so unlucky, dass er gerade Spad Steps, Helles, Dealer spielt und ich dann noch darauf reingefallen bin. Dass es offensiv ist. Weil ich hätte, ich weiß nicht, ich kann das den Grass Knot? Ich weiß es nicht. Eigentlich würde ich das jetzt einmal nachschauen. Zell ist Dealer. Kann der Grass Knot? Kann Energy Ball. Kann aber auch Grass Knot, okay. Okay. Liger kommt rein. Ist natürlich immun, das ist klar. Wir drücken einfach HPIs. Die sollte killen. Die sollte er nicht überleben können. Wenn er komplett, wirklich komplett Fist Death ist, wie ich es hier gerade im Kalk habe, sollte er das nicht leben. Ja. Ja. Okay. Schade. Ich habe gehofft, Arctos macht mehr. Ja. Gleiger ist tot. Nice. Wenn ein Mon mit 90% reinkommen, das ist Zoroark. Das wissen wir jetzt. Dementsprechend passt das. Zoroark. Okay. Komm, hol Coco rein. Ich brauche das Electric Terrain. Ich brauche das Electric Terrain. Okay. Gleiger ist tot. Angenehm. Angenehm, angenehm, angenehm. Okay. Parathon. Parathon. Hm. Schwierig. Schwierig, schwierig. Aber okay. Irgendwo wünsche ich mir gerade, ich hätte doch Toxic Orb Senguus gespielt, aber okay. Ist egal. Ab wann kill ich mit Spectre kill ich denn Zoroark? Mit Shadow Ball. Oh, es dauert noch ein bisschen. Es dauert noch ein bisschen. Außerdem wisst ihr halt, hier ist Ambi Diffel noch da. Ambi. Puh. Bom. Der Arcboots ist halt ein Two-Hit. Hyperbeam killt den. Aber Hyperbeam bringt mir gar nichts. So, Coco kommt rein. Perfekt. Den wollte ich haben. Äh, Zapdos. Electric Terrain. Gegen Coco. So. Rising Voltage ist halt ein safer Two-Hit. Hm. Ich könnte auch einmal in Perth gehen. Um zu schauen, was er jetzt machen möchte. Ja, ist halt safe. Einmal in Perth gehen und dann schauen. So. Er drückt T-Bolt. Okay. Wir können eigentlich wieder Flipp turnen. Grass Not kommt. Okay. Ist fine. Ist fine. Ähm. Wir gehen in Spectre. Gott, diese Animation. Drücken wir einmal Shadow Ball. Ich denke ja. Ich denke ja. Gut zu wissen, er ist nicht Specs. Der ist nicht Specs. Oder pullen wir jetzt einfach den Double und gehen Farrow. Da können halt auch ein Zurohack gehen. Ich kann auch Dark Pulse drücken, aber dann mache ich keinen Progress. Wenn er dann drin bleibt, ist das kritisch. Spectre. Ich kill den halt nicht mal. Mit Shadow Ball. Der killt mich aber auch nicht. Ich glaube, ich gehe einfach an Farrow und mache den Double. Wenn er jetzt in Zurohack geht, ist kritisch. Wenn er in Ambipom geht, ist super. Ja. Ich weiß ja noch nicht, was das für ein Gänger ist. Ist auch noch so das Problem. Farrow kommt. Drückt Jutern. Okay. Ist fine, denke ich. Da kommt das Zurohack. Der killt mich wahrscheinlich auch mit Flamethrower. Zurohack live vor Flamethrower. Ja, killt mich. Gehe ich jetzt in Spectre? Überlebt er das? Aber es sieht gerade gar nicht gut aus. Äh. Ja, Flamethrower lebe ich halt. Gehe in Spectre. Sag kann der Flamethrower. Macht genauso viel wie erwartet. Drücken wir Hyper Beam. Wir drücken Hyper Beam. Fuck off. Gehe jetzt nur nicht in Celestealer. Das wäre Worst Case. Das wäre wirklich Worst Case. So, danke. Illusion ended. Schön, dass Hyper Beam Auftritt bekommen hat. Okay, da kommt Gengar. Können wir nicht viel machen. So, drückt Shadow Ball. Wir gehen in Sengu's. Drücken Substitute. Bitte wechsel raus. Bitte wechsel raus. Oh, shit. Komm, sack dein Celestealer. Komm, Sengu. Sei Scarf oder so. Oder Specs. Okay. Ja, nimmst du noch Specs. Komm, wechsel raus. Das wäre jetzt wirklich nice. Okay, er holt Coco rein. Perfekt. Huh. Substitute kommt. Can we belly... Ah, I'm the palm. Fuck das Ding mich ab. Aber warte. Ah, doch, das könnte gehen. Drückt T-Bolt. Drückt Belly Drum. Select Barrier aktiviert sich. Okay. Sollten schneller sein. Ja. Drückt Return. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Können das auf jeden Fall noch gewinnen. Können das auf jeden Fall noch gewinnen. Ambipom kommt rein. Okay. Ähm. Wechsel ich jetzt raus in Pharaoh. Der wird halt Dings haben. Der wird mich auch killen. Wofür brauche ich Sengo noch? Das ist die große Frage. Alter, Fragen. Äh. Sengus gegen. Ambipom. So, Return. Wer hat bloß sechs. Na, dementsprechend egal. Ja, der kippt mich mit ein. Wenn ich jetzt rausgehe in... Pharaoh. Nee, ich sack den jetzt lieber. Ist, glaube ich, besser. Obwohl, der wird Fake outen. 100% wird er jetzt Fake outen. Huh. Okay, kurz überlegen. Ich hätte jetzt gerne noch Pro-Take anstatt Knock-Off. Das wäre jetzt Baba. Äh. Gehen wir in Pharaoh. Gehen wir in Pharaoh und drücken Gyro. Das wäre objektiv gesehen das Beste, was wir tun können. Ja. Ich gehe in Pharaoh. Da kommt der Fake out. Bam. Okay. Dann haben wir jetzt noch... Pharaoh Thorn. Wo ist es denn? Da. Gegen Ambipom. Trägt Gyro, denke ich. Knock-Off. Okay. Ist fein. Das ist fein. I guess. Das ist fein, I guess. Ja. Huh. Ich weiß nicht, was das für ein Gengar ist. Das stört mich. Ich weiß nicht, was das für ein Gengar ist. Ich vermute gechoist. Ich vermute gechoist. Okay. Ich vermute gechoist. Okay. Zapdos. Da kommt Gengar rein. Zapdos. Gegen. Hoppala. Gengar. Shadow War killt mich halt nicht. Focus Blast... Oh, falsches Mon. Ähm... The Paraphorn. Fokus Blast killt mich halt nicht. Können einmal Protecten. Ja, Hidden Power kommt. Okay. Der hat eine Hidden Power Fire. Wollen wir schauen, ob die killt. Äh, Hidden Power. Fire. Killt mich nicht. Die killt mich nicht. Außer halt, er ist gechoiced. Haben wir irgendwo was gesehen, was nicht gekillt hat von Gengar? Shadow Ball. Wir haben nur den einen Movekiss ja gesehen. Und da unser Rono gescarft ist, ja, keine Ahnung. Wenn der Choice Backs ist. Was halt sein könnte. Choice Backs. Killt die HP Fire auch. Gut. Subdos. Lebt auf jeden Fall einen Hit und killt. Ohne Electric Terrain nicht. Ha. Ich muss... Shadow Ball drücken. Ich muss hoffen, dass er nicht Backs ist. Ich muss hoffen, dass er nicht Backs ist. Gott. Er ist nicht... Äh? Falte Hidden Power? Der hat nicht Hidden Power... Der hat keine Hidden Power Fire. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Ich brauch die Differenz, glaub ich. Celestealer. OU Defensive. Blablabla. Blub. Äh, oder killt dann mit... Ja, der killt wahrscheinlich safe mit Flamethrower. Äh, Farothorn. Ja, wahrscheinlich. Dann noch Zapdos. Ja, mach da nix. Ich könnte in Zapdos gehen und dann 3-0 rausholen. Ich könnte in Zapdos gehen und dann 3-0 rausholen. Was war das für eine Hidden Power? Grass war es nicht. Rock kann es auch nicht sein. Hidden Power Ice? Für was denn? Hab ich eine 4-fache Eisschwäche in meinem Kader? Gute Frage. Nächste Frage. Ah, Gott. Zapdos kommt. Heavy Slam macht gar nix. Ich bringe noch eine Static. Ne, okay. Das wäre auch ein kleiner Disrespect. Ähm. Ja, wir drücken Rising Voltage. Und damit ist es ein GG. Ähm. Ja. Ich hatte noch ein bisschen Schiss, wenn er Specs HP Fire gewesen wäre. Hätte er das noch gewöhnen können. Ähm. Ja. Ey. GG. Hast mich gut unter Druck gesetzt. Kurzzeitig war doch sehr großes Herzflagern da. Als ich mal nachschauen. Hatte ich irgendeine 4-fache Eisschwäche? Ähm. Was war das für eine HP? Ähm. HP Flying könnte das sein für Mosquito. Ach so. Ich verstehe. Okay. Okay, 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 okay. Ah, jetzt hab ich aufgeswitcht. Ach so. Ähm. Ach Gott, zum Glück hatte der keine Hidden Power Fire gehabt, ey. Und war Specs. Ohne Specs hätte ich es eh überlebt, aber fernab davon. Okay. Ähm. Nice. Also. Krank. Krank. So. Ähm. Ich schick, by the way. So, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mich gerne eine positive Bewertung da. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Kampf fandet. Und ich würde sagen, Leute, haut rein. Schauen wir uns mal auf dem nächsten Video. Ey, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Aber Sengu hat sich noch einen Kill geholt. Geil. Ähm. Ja. Haut rein. Schauen wir uns mal auf dem nächsten Video. Goodbye.